René Kohl, Buchhandlung Kolibri. Ich habe eine Session veranstaltet zum Thema digitale Repräsentation des Buchhandels. Gehört das Internet in die Buchhandlung? Gehört das Internet an die Buchhandlung ran? Ich habe gesprochen über die Buchhandlung, aber auch mit Buchhandelsfreundlichen Begleitern und habe erfahren, dass die Erwartungshaltung des Buchhandels an das Internet, die Arbeit mit dem Internet, an das Verkaufen mit dem Internet nicht sehr hoch ist, dass aber auch vor allem die Möglichkeiten fehlen, sich zu artikulieren, dass man die Notwendigkeit sieht, etwas zu tun, aber nicht genau weiß was. Wir haben ein paar Wege angedeutet und uns gewünscht, einen günstigeren, einfacheren, modellaren, vielseitigeren Shopping für die Buchhandlung zu haben. Mal sehen, was daraus man möchte.